hallo leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge destiny 2 so wie versprochen geht es heute mit der quest weiter der feind meines feindes glaube ich hieß die und wir schauen mal auf die map würde ich sagen genau der feind meines feindes die schauen wir uns heute an und dann denke ich mal ich hoffe mal dass die quest dann auch bald abgeschlossen ist schauen wir einfach mal so leute ich würde sagen bild macht gerät an servus leute und dann würde ich sagen starten wir doch gleich mal wir müssen hier lang und wir natürlich schauen dass ich den titan so schnell wie möglich hoch ziehe mein warlock ist aktuell glaube ich 903 oder so und wie gesagt ich spiele ich halt nur mit einem kumpel zusammen und wenn er keine zeit hat oder nicht kann oder so dann werde ich den titan weiter machen dass ich dann einfach irgendwann auch für die raids vorbereitet bin und dann auch wenn es sein muss auch mal switchen kann oder so jede klasse hat ja irgendwo die verschiedenen skills und wäre es schon nicht schlecht wenn man alles so ein bisschen was hätte von einem bisschen was hätte so einfach ein bisschen questen bisschen die ganze welt noch mal kunden so starten wir mal der feind meines feindes ich kann euch die koordinaten das problem ist der gefallenen er war uns immer einen schritt voraus dann schlagen wir schnell so ich kann euch mal eine powerwaffe leute keine gefunden ja vielleicht finde ich jetzt hier ein in der story mission irgendwas mal schauen können wir da schon rein okay ich ja die mission kenne ich ja noch von alten destiny 2 zeiten hatte ja damals schon auf der ps4 gespielt und ich habe jetzt auch übrigens das dlc forsaken und shadowkeep natürlich auch dann können wir ganz genüssig mal überall reinschauen und eh noch viel beschäftigen damit mit den ganzen skills was es gibt da gibt es jetzt rüstung 2.0 und da habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt damit ok so so ist noch recht easy ich habe noch mal hinter mir noch irgendwas ist wir wollen ja nichts übersehen über die kisten oder so versuchen die daten sind alle beschädigt als hätte das betriebssystem gedächtnis verlässt es vergisst nach ein paar minuten was es gesehen ok wir haben einen helm bekommen schauen wir uns doch gleich mal an ob der was gescheites ist ja auf jeden fall äh wer schießt hier kann ich irgendwo so den helm aufsetzen hier okay 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 ein bisschen schrott okay 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 Autsch, das muss wehgetan haben. Fünder den Reaktor. Fünder den Reaktor. Läuft. Fünder den Reaktor. 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 Schauen, ob hier noch was war. Fünder den Reaktor. Fünder den Reaktor. Fünder den Reaktor ein. Fünder den Reaktor. Fünder den Reaktor. Schauen, was sie zu sagen hat. Naja... Fünder den Reaktor. Fünder den Reaktor. dann müsste es eigentlich hier abgeschlossen sein können wir auf die quest schauen wir haben nicht groß viel paar level 900 ok beute züge wir können wir hier weitermachen schließen die weltquests für die etz titan nessus eu und mars ab wollten wir machen ok könnten wir io oder mars nessus ist auch jetzt frei glaube ich ich glaube wir machen bei io weiter genau machen wir hier weiter die an und porten ich muss sagen es leveln an sich bis level 900 900 er hat sowas 900 geht relativ schnell muss ich sagen na schon erstmal was haben wir hier noch schönes eine 852er maschinenpistole könnten wir eigentlich auch mal ausrüsten das andere zerlegen wir gleich was wir nicht brauchen das andere nimmt mir bloß platz weg ok dann gehen wir nochmal hier rüber machen hier gleich die weltquest weiter genau genau das sind wir auch gleich auf dieser kauf ist genug hoffe ich dünastie wir müssen bitte einmal hierher versuch nicht umzusehen wir können jetzt natürlich in den nächsten folgen irgendwann auch mal strikes anschauen ok wir können wir können wir können Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Ich glaube, wir müssen erstmal die Dinger hier machen, damit der schwächer wird. Das war's. 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 Das war's.